2024, die Energien der Erde verändern sich. Was bedeutet das für dein Haus, für deine Wohnung, für deine Zukunft? Also es könnte sein, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es digitale Unterbrechungen und instabile Einkommen kommt, weil viele Menschen eben haften bleiben und nicht den Fortschritt für sich beanspruchen. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr stolz auf meine Mutter, die mit ihren 83 Jahren sogar mit WhatsApp telefonieren und sogar das Video einschalten kann. Das ist Wahnsinn. Also das finde ich toll, dass es sich dem Ganzen hingegeben hat. Ich kenne viele Personen, die das eben nicht können. Also das heißt, wir müssen uns immer mehr in Dinge reinfinden, die wir vielleicht gar nicht mögen. Also nicht jeder ist natürlich, ja wie soll man sagen, nicht jeder ist technikaffin. Nicht jeder mag das, aber derjenige, der da drin schon geboren ist, der sieht es ja auch ganz anders. Und das liegt natürlich auch, dieses instabile Einkommen, das liegt daran, dass sich die Ära von der industriellen Revolution hin zur Digitalisierung und modernen Technologie verschiebt. Was traditionelle Arbeitsplätze durch Automatisierung, künstliche Intelligenz und Robotik ersetzt. Aber darin kann eine wahnsinnig gute Chance sein, ja. Das, was man unterschätzen würde. Man denkt, oh, jetzt hat er mal meinen Job geklaut, aber vielleicht ist das genau jetzt dein neuer Job, ja. Aber du musst dich natürlich damit auseinandersetzen. Und man hofft natürlich darauf, dass du dich dann auch technisch dann reinversetzt. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie du Geld verdienst. Es geht ja nur darum, zu erkennen, was finanziell schwierig werden könnte. In meinen Augen ist das Feuerelement dazu da, oder es wird veranlasst, dass du mehrere Einkommensquellen brauchst. Ja, also das kann zum Beispiel sein, dass du schon vielleicht dir eine Wohnung gekauft hast und vielleicht die vermietest und dadurch Einkommen hast. Aber das wird nicht alleine sein. Also zum Beispiel habe ich heute schon in der Zeitung gelesen, obwohl ich es gar nicht lesen müsste, weil ich wusste es schon lange vorher. Der Immobilienmarkt ist im Keller. Ja, also das wird sicherlich noch weiter in den Keller gehen. Warum? Weil in der Periode 8 oder in den anderen Zyklus war das Immobiliengeschäft sehr wichtig. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Anstieg an Immobilienpreisen gehabt. Also nur mal mein Haus, was ja gleich den dreifachen Wert hatte, was ich mir gekauft habe, was natürlich super ist. Also so fallen kann es gar nicht mehr. Obwohl, wer weiß, gell? Also das heißt, aber das ist vollkommen klar, das wird sinken. Naja, durch viele, viele Themen, die natürlich dann auch aufkommen. Also das heißt, gut wäre es, wenn du selbst mehrere Einkommensquellen hast, wo du sagst, du kannst umswiften oder du hast vielleicht zwei oder drei Möglichkeiten. Vielleicht noch ein passives Einkommen durch eine Miete, dann gehst du nochmal arbeiten, vielleicht hast du noch so nebenbei einen Job. Also du wirst ein bisschen flexibler sein müssen. Es wird nicht mehr so fest sein, dein Einkommen. Also da musst du wirklich ganz genau gucken, ob jetzt der Ort auch noch der richtige ist oder ob auch noch gut zu investieren ist. Also achte darauf, weil Immobilien scheint sehr unsicher zu werden. Da die Periode 9 ist ein starkes Feuerelement, kann unbedingt mehr Aufmerksamkeit für die Kryptowährung und vor allem die Metaversum erwartet werden. Also das ist auch das Wesen des Lidrigramms. Aber da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil alles wird schneller und auch diese Geschichten werden schneller. Also du musst schnellere Entscheidungen treffen, du musst schneller agieren können. Du kannst jetzt nicht mehr irgendwie zum Beispiel eine Versicherung kaufen und denken, ja, da zahlst du jetzt zehn Jahre ein und dann kriegst du nachher dicke Kohle raus. Also das kann nicht mehr so gut, wird nicht mehr so gut funktionieren. Also du musst schneller agieren und schneller reagieren. Und für mich das aller, aller, allerbeste. Also darum sage ich dir, wird Feng Shui viel, viel wichtiger sein, denn wir werden ein neues Bewusstsein haben. Also es ist dieses, wir sagen, es gibt ja, wenn man vom Feng Shui spricht, gibt es ja die Elemente, aber auch die Trigramme. Also die Trigramme sind ganz, ganz alte, ja, Zeichen kann man sagen, die ein Metapher sind, für was auf unserer Erde ist. Zum Beispiel sagt man, Frauen im mittleren Alter werden jetzt sehr wohlhabend oder sehr in den Vordergrund treten. Ich sehe das jetzt anders. Ich glaube, dass Männer genauso gut in den Vordergrund treten können wie Frauen. Aber was macht eine Frau im mittleren Alter? Eine Frau mittleren Alters ist intuitiver. Also eine Frau mittleren Alters, wenn sie jetzt zum Beispiel schon Kinder hat, dann weiß sie, wie sie ihre, aus dem Unterbewusstsein heraus, ja, was richtig oder was falsch ist für die Kinder. Oder sie erkennt die Kinder schneller, wenn man bewusst ist. Also wenn man natürlich oberflächlich ist, dann nicht. Aber das meine ich, also das Feuerelement symbolisiert eigentlich nur, wie sich Frauen mittleren Alters verhalten. Also die wollen eigentlich einen Zusammenhalt, obwohl das Feuerelement auch spaltet, ja. Also das heißt natürlich auch Trennung, aber das mag eigentlich eine Frau mittleren Alters nicht wirklich. Also das heißt, du musst darauf achten, dass du mehr intuitiver wirst, dass du bewusster wirst, dass du achtsamer wirst. Denn je 18 Mal du wirst deiner Umgebung gegenüber, desto besser ist es. Und jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem auf unserer Erde. Denn ich sehe die Menschen auf unserer Erde mit ihrem Mobilfunk und die laufen sogar vor sich, schieben sie noch den Kinderwagen und sind eben nicht mehr bewusst. Denn sie sind schon in der Metaverse drin. Und das Thema ist, wenn du neues Bewusstsein hast, dann passiert ja etwas. Also das heißt, wenn du intuitiver wirst, dann kannst du dir auch deine Wünsche selber oder besser manifestieren und auch wünschen. Denn wir sind uns doch alle klar, dass wir eigentlich im Leben eins wollen. Liebe, vielleicht haben wir auch manchmal Sehnsucht nach jemandem. Aber das stärkste, der stärkste Magnet ist die Liebe. Und das ist eben auch in diesen Feuerelement enthalten. Aber, Achtung, es gibt immer zwei Ebenen. Ich habe ja gesagt, immer Yin und Yang. Also das heißt, das beinhaltet aber auch manchmal Wut, manchmal Stärke, manchmal Durchsetzungsvermögen, manchmal Licht, manchmal Energie. Aber wenn es zu viel wird, kann es auch viel verbrennen. Also das heißt, Liebe wirklich aus dem Herzen und nicht Liebe, weil du jemanden einnehmen möchtest. Oder klein halten möchtest. Ja, das Lidregramm, habe ich ja schon angedeutet, ist eigentlich Trennung. Und das bedeutet aber auch Trennung aus dem Sinne, weil du kannst ein höheres Bewusstsein anstreben. Also das Feuerelement hat immer etwas mit dem dritten Auge auch zu tun, ja, mit den weitsichtigen. Aber ich hoffe, dass du auch achtsam bist und dass du immer gut auf dich hörst, denn das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wie du von diesem Wandel profitieren kannst. Als allererstes kannst du dir ja selber mal ausdenken, was es für dich heißt, ja. Also was du Neues erreichen könntest in deinem Leben. Mach dir auf jeden Fall Gedanken. Schau mal genauer hin. Welche Branche ist gut, was ist gut für dich, was möchtest du selber in deinem Leben. Schau nicht nur auf dein iPhone, schau nicht nur auf dein Tablet. Schau immer in dich. Was ist für dich vorherrschend? Was könnte dir dieses Zeitalter bringen, gerade mit dem Wissen, was du jetzt hast? Bringe dein Feng Shui auf Vordermann. Also stell hier nicht auf wackelige Beine. So, es könnte ja abstürzen. Denn wenn du jetzt mehr Probleme hast, wie zum Beispiel in den vorigen Jahren, dann kann es sein, dass dein Haus einfach eine alte Energie hat und du das einfach anpassen musst. Denn wir wissen, manche Energien im Hause, die ziehen sich zurück und wenn man so einen großen Zykluswechsel hat, wie zum Beispiel wir das schon 2004 hatten, wo ich das sehr gut beobachten konnte, wie bei manchen Menschen einfach das Glück weggeronnen ist, ja, dann solltest du vorab die Notbringung ziehen und wirklich dein Feng Shui nochmal beachten. Also hol dir entweder einen Berater, am besten einen mit der Feng Shui Exzellenzmethode, oder aber auch lerne es selbst. Und wenn du die Richtung weißt, ja, es gibt immer mehrere Richtungen, wenn du dich dann entschlossen hast, dann gehe den Weg. Also das heißt, zögere dann nicht. Wenn es ein aus dem Herzen geleiteter, aus dem Bauch geleiteter Thema ist, dann wirst du sehen, was du bewirken kannst. Also am schlimmsten ist es immer, keine Entscheidung zu bleiben, zu stecken zu bleiben, nicht weiterzugehen. So, du weißt, was zu tun ist. Ich kann dir nur die Türen zeigen, durchgehen musst du natürlich selber. Du weißt jetzt, was sich verändern wird, was du ab sofort beachten solltest. Also wie gesagt, aber ich möchte dir noch was ganz, ganz Besonderes auf den Weg geben. Wie wichtig Feng Shui in der Periode 9 sein wird, habe ich dir auch erzählt, denn ich bin mir ganz sicher, dass es mehr Aufträge gibt wie vorher. Wie du dich und deine Familie schützen kannst, habe ich dir auch gezeigt. Also indem du die Dinge anwendest, die ich dir jetzt gerade vorgeschlagen habe. Und wie du von dem Wandel profitieren kannst. Und ja, inmitten der Herausforderung halten wir mal ganz klar zusammen. Denn es könnte ja sein, dass du vielleicht das lernen möchtest. Dass du Lust hast, eben auch Feng Shui zu lernen. Also lass dein Glück nicht einfach verstreichen. Also die Veränderungen in der Periode 9. Du könntest auch mit dabei sein, eben bewusst den Menschen zu helfen, in diese Veränderung auch zu kommen. Und eben durch Feng Shui dein eigenes Leben zu verbessern. Denn es ist viel mehr Bewusstsein, weil wir haben das dritte Auge bald ganz geöffnet. Wir haben die Schumann-Frequenz, die sich auch erhöht hat. Also das heißt, wir werden immer mehr Bewusstsein in unser Leben bringen. Und wir können das schon sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel nur den Begriff Yoga uns angucken. Wie war das vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren? Da haben sie noch gesagt, ah, die Hausfrauen-Gymnastik. Heute, ich kenne ja keinen, ich reise manchmal. Überall gibt es Yoga-Studios und die sind alle brechend voll. Also das heißt, gib doch mal Feng Shui ein. Wie viele Webseiten, wie viele YouTube-Videos, wie viele Möglichkeiten gibt es? Und es gibt durch das neue Bewusstsein, wenn du dir mal so eine Statistik anguckst, Yoga ist gestiegen, Meditation. Das heißt, dass man sich Wünsche selbst herbeizaubern kann durch Meditation, indem er eben in ein bestimmtes Bewusstsein auch kommt. Und Feng Shui wird viel, viel relevanter sein. Denn du weißt, also die Umgebung, wie ich dir gesagt habe, die wirkt sich auf dich aus. Du wirst denen sowieso nicht entgehen können. Besser, du weißt, was zu tun ist. So, also es gibt Bücher, 12.449, nee, es gibt sicherlich jetzt schon ein paar mehr, denn ich habe auch noch eins geschrieben. Und als ich diese Folie fertig gemacht hatte, also als ich das recherchiert hatte, war das eben nicht so. Aber wie gesagt, es gibt viele Bücher, da steht zwar Feng Shui drauf, aber ist meistens kein Feng Shui drin, gell? Also das Wichtigste in unserer Zeit ist doch, dass wir uns viel, viel mehr zu Hause aufhalten als eigentlich draußen. Und das ist eigentlich auch ein Problem wiederum, gell? Denn wir brauchen eigentlich ein Zuhause, was gute Energie hat. Also, deine Vorteile auf einen Blick. Feng Shui ist in unserer Gesellschaft relevanter geworden. Der Bekanntheitsgrad ist gestiegen. Viele bekannte Firmen lassen sich heute schon beraten. Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also du kannst gerne nochmal ein Gespräch mit mir buchen, also bei Calendly. Und dann können wir auch nochmal darüber sprechen, wenn du irgendwelche Fragen hast, gell? Ich freue mich sehr, wenn du meinen abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür und bis bald, deine Petra.